Meine Damen und Herren, es ist ein bisschen Frist draussen, aber trotzdem haben wir das BMW M4 Cabrio Competition für Sie herausgenommen. Mit seinen 510 PS und turboaufgeladenen Sechzylinder-Motor ist das Fahrzeug die reine Strakete. Können Sie sich faszinieren? Kommen Sie auf eine Probefahrt? Ich würde mich sehr freuen und das ganze Vestroteam ebenfalls. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag und ich fahre jetzt weiter. So So Bis zum nächsten Mal.